Hau ab, ihr weg, du magst gar keinen, krass. 700, ich guck grad mal. Jaws, na das braucht 800, das hätt ich mir denken können. Da haben wir schon das Beste, wir könnten es höchstens entfernen. Das bringt uns aber glaube ich nichts, weil das das Leben um 10 Punkte erhöht hatte. Wir könnten unsere Schwanzflosse erhöhen, das erhöht glaube ich Leben und Geschwindigkeit auch nochmal. Und ansonsten, Hände und Füße, hatten wir schon die Besten. Wir könnten noch unseren Körper total panzern mit Shell Body. Was klicke ich da eigentlich jetzt? Ich wollte das klicken. Schade, ich hätte gerne unseren Mut verbessert, damit wir mehr Schaden machen, damit uns diese blöden Haie nicht mehr so nerven. Und das mache ich jetzt auch. Soweit ich mich entsinne, heile ich mich immer, wenn ich... Ah, ich habe die Falschtast gedrückt. Wenn ich mich weiterentwickele. Müsste, ja. Ach, jetzt habe ich auch so einen schönen Kopf wie diese gepanzerten Fische vorhin. Wo kam der her? Und ich mache 5 Schaden. Oh, das ist sehr schön. Jetzt will ich doch gerade mal gucken. Ja, 5 Schaden. Oh, jetzt esse ich ein paar Haie. Au. Wenn diese Viecher mich hier lassen. Haie. 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 Hm. Ist auch gefallen, ich habe ihn niemals noch gar nicht gesehen bis jetzt. Ich hoffe, der ist nicht irgendwie in der Evolution untergegangen. Vielleicht taucht der erst später auf. Obwohl die Haie hier sind ja keine Vegetarier. Dann kann das ja gar nicht der Fall sein. Ist ja interessant gewesen zu testen, ob man selber... Nein, Runden könnte ich nicht. Ob ich selber so eine Art Neo aus mir machen kann. Vielleicht mache ich das mal aus Jux und Tollerei. Dass ich... ...extrem viele Levelationspunkte sammle und dann... ...euch mal entscheiden lasse, was ich versuchen soll, mal daraus zu machen. Aber das mache ich dann... ...nicht... ...intern... ...in dem LP. Sondern... ...außerhalb in einem Let's Show oder... ...wie auch immer ich das nennen werde. Let's Science Evo. Search for Gaia. Evolution. Na, komm hoch. Ich brauche 800 Evo-Punkte. 800. Ach, jetzt... ...pack den schon. Mann, das ist nur so ein mickiger Hai. Ich... ...ich habe hier schon... ...Schwierigkeiten, den zu packen. Was wird denn dann... ...mit größeren, stärkeren Gegnern? Au. Ah, fackt. Vielleicht sollte ich lieber die hier essen. Die sind mit einem Wiss tot. Geht einfach schneller. Okay, der ist weg. Der wandelnde Basketball. Ach. Du. Ich muss das einfach mal erwähnen. Das kriegt ihr vielleicht so nicht mit. Ich kriege Schaden, wenn ich die Gegner auch nur berühre. Warum nur ich Schaden kriege und nicht die Gegner? Das verstehe ich nicht. Aber das ist, glaube ich, so eine Ur-als-Spiele-Logik. Dass wir immer uns verletzen, wenn wir... ...von einem... ...weichen, gummiartigen Gegner berührt werden, ...während wir eine stachlige Kämpferrüstung haben. Ich glaube, das musste jetzt schon lange, um uns wieder ein wenig zu verbessern. Und ich habe es sogar geschafft, hier zu besiegen, bevor er mich angriffen hat. Was habe ich gesagt? Den Körper besser panzern, ne? Ja. Ach, das hätte nur 600 gekostet. Dann tut es mir leid, dass ich jetzt so lange rumgemacht habe. Und ich gucke gleich mal weiter. Ich glaube, hier haben wir noch nicht das Beste. Nein, hier hätte es 700 gekostet. Ja, klar. Da hatten wir es schon. Hier sowieso. Dann fehlt mir nur noch hier... ...das Hinterteil. Und wenn ich das habe, dann... ...how... ...dann denke ich mal, gehe ich weiter. Sister reads, whisper to one another. If we could move along the bottom of the sea without sticking, we could... Äh, Entschuldigung. We would not have to be ruled by the... ...Haifische. Shh, speak quietly. ...or the leader in the cave will hear you. Aha, das zeigt ja schon alles. Der Anführer in der Höhle... ...bedeutet, geh du mal hin. Wir trauen uns nicht. Du siehst auch viel gefährlicher aus. Also, soweit ich das sehe, sind wir hier ziemlich am Ende der Ursuppe angekommen. Weil die Fische auch schon sehr weit entwickelt sind. Und kommen da eigentlich unendlich hier raus? Wo kamen die denn eben hier? So. Was wollte ich jetzt eben gerade sagen? Ja, weil die flüstern schon davon hier Sauerstoff und so, ne? Ich glaube, wenn ich jetzt auch rausschwimme... Ich teste es jetzt einfach mal. Ich speichere gerade mal, damit ich jetzt nicht gleich tot bin. Moment, habe ich auch gespeichert. Ja. Ich schwimme jetzt mal nicht in die Höhle. Bin mal ganz... ...ganz dreist. Widersetze mich... ...dem Willen... Also, hier scheinen schon... ...so ähnliche Dinger wie Pflanzenanland zu sein. Auch... ...wenn ich das für unmöglich halte, wenn noch nicht mehr im Leben... ...ähm... ...im Wasser irgendwelche Pflanzen sind. Ich schwimme mal raus. Change of... ...blablabla. Und, 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 und... ...lass mich weiter. Aua. Ich nehme Schaden. Ach ja. Entweder habe ich keine Lungen... ...oder es gibt... ...ja... ...ja... ...also... ...ich... ...werden dadurch für... ...leicht reduziert. Leicht reduziert heißt, wir hatten eben 110. Jetzt gucken wir mal gerade. Und 55. So. Jetzt werde ich aber wieder... Moment, ich werde gleich wieder da sein. Ich gehe zu dem Geladenen zurück. So, und da sind wir wieder. Bei dem... ...geladenen... Au. Au. Arsch. Arsch. Ja, schon gern... Vor allem, wenn da der Boss von... ...denen drin ist... ...schon vollgeladen da rein in die Höhle. So. Jetzt speichere ich nochmal gerade. Und ab in die Höhle. Mal sehen, was der Boss von denen so drauf hat. Ich müsste jetzt... ...das Bestmöglichste aus dem Wasser rausgeholt haben. Oh ja. Oh. Who are you? Knowing this is the domain of the... ...Haifische? King of the sea. Why are you here? Are you not trying to help the Sterilites build a new world? The sea is the only world. I will defeat anyone who helps the Sterilites. Ja, ich finde es schön, dass ich nicht mal die Wahl habe. Ob ich dem hier oder den anderen helfen will. Und jetzt bin ich auch schon tot. Ja. Ja. Nee. Das ist mir aber zu blöd. Ich habe vor der Höhle gespeichert. Ich habe vor der Höhle gespeichert. Ich habe vor der Höhle gespeichert. Vielen Dank.